Servus beieinander, der Johann Barsi ist da. Wir sind heute wieder gesund unterwegs und das mit einem Kohlrabi-Salat. Und dafür machen wir zuerst einmal die Dressing. Da machen wir Schmand in eine Schüssel. Da könnt ihr aber auch einen griechischen Joghurt nehmen. Wir würzen das kurz ab mit Salz. Pfeffer, soweit es mögt. Eine Prise Zucker. Dann geben wir gleich einen Ingwer und einen Knoblauch. Und Zitronensaft. Das wird jetzt gleich einmal verrührt. Dann ein gesundes Olivenöl gleich rein. Und Kohlrabi. Und damit wir ein bisschen Farbe rein kriegen. Cio Cio. Schauen wir mal. Am besten wird es da noch ein bisschen Gewürz drauf. Vor allem ein Salz, dass diese Rüben ein bisschen Wasser ziehen. So. Und jetzt lassen wir die ganze Geschichte ziehen. Und jetzt machen wir als Beilage eine Wollwurst dazu. Also. Das ist das Hauptessen. Und die Wollwurst ist die Beilage. Und wenn sie es ihr vegetarisch wollt, dann könnt ihr einen Tofu-Burger oder so irgendwas auch dazu machen. Passt genauso. Also. Ja. Und was ist eigentlich eine Wurst? Das ist eine gefüllte Haut. Hinter und vorn. Zuwunden. Stimmt nicht immer. Die Wollwurst hat keine Haut. Und die machen wir dazu. So. Genau. Wenig Fett braucht es nämlich keins in diesen Pfannen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Als Kind habe ich die Wollwurst gar nicht so gerne mögen. Aber so mit dem Salat. Ein Gedicht. In der Zwischenzeit hat unser Salat durchgezogen. Und den können wir da schon mal anrichten. Und da stellen wir noch ein bisschen ein Schnittlach drauf. Das habe ich einmal so gemacht. Und da haben wir mein Onkel da gewesen. Zum Essen hat er gesagt, sind euch die Messer kaputt gegangen. Weil ihr den so grob geschnitten habt. Nein. Das ist jetzt modern. Das macht man jetzt so. Es ist natürlich auch ein relativ günstiges Gericht. Was gesundes. So was. Einwandfrei. So. Da la. Und ruck gezuck ist das gegangen. Wollwurst a la modern. Essen alle Kinder gerne. Servus beieinander. Euer Johann Barsi. Immer aufpassen, was es Neues gibt. Johann Barsi kocht. Johann Barsi kocht. Bis zum nächsten Mal.